Von eingesperrten Tieren sprangen auf Menschen die Viren. Menschen waren ihnen wohl lieber, jetzt liegen die Menschen im Fieber. Doch bevor das Fieber zupackte und bevor man im Bettchen versagte, flog manch einer erst noch global herum oder zog in den Karneval, das war dumm. Viren sind auf einmal überall, man fühlt sich wie bei einem Überfall. Ein Angriff auf Menschheit und System, für die Menschen wird es unbequem. Sie hamstern im Laden noch schnell ihren Kram, dann schnell wieder heim, es ist Virenalarm. Es heißt sich verstecken und abwarten, in den Nachrichten sieht man die Lage auf Karten und in den Reden an die Nation redet man in sehr bewiegendem Ton. Und dann kommt wieder die Tagesschau und wir schauen sie an und sagen, ja genau, wir müssen das Virus abwehren, wir müssen den Krieg ihm erklären. Martialisch sagt man, das Land ist mit dem Virus im Kriegszustand. Doch ich weiß was, was daran tröstlich ist, weniger Angst bleibt übrig für den Terrorist. Die Hysterie ist abgelenkt, weil sie nur noch an das Virus denkt. Den Wuchbürger treibt seine Wut nicht mehr um, der Kulturkampf bleibt ohne Publikum. Meine Hoffnung ist, dass wir friedlicher werden, während wir das Virus bekämpfen auf Erden. Es gibt ja jetzt einen gemeinsamen Feind, komm stehen wir gegen das Virus vereint. Aber bitte nicht Hand in Hand, denkt an den Sicherheitsabstand. Na 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 Untertitelung des ZDF, 2020